Du bist die Firewall in deinem Unternehmen. Du stehst im Kontakt mit dem Internet über dein E-Mail-Programm, über deinen Webbrowser. Sei die Firewall! Achim Weidner von der Media Lab Internet Agentur empfiehlt euch Updates. Hinter mir auf meinem Computer werden die aktuellen Microsoft-Updates für Windows 10 geladen. Das ist eine Maßnahme, um abwehrsicher zu sein, abwehrbereit zu sein, gegen Schadsoftware. Und natürlich ist es auch ganz wichtig, nicht auf Schadsoftware zu klicken, die gerne per E-Mail im sogenannten Phishing-Angriff auf eure Unternehmen gestartet werden. Denn das Phishing besteht aus drei Sachen oder diese Angriffe bestehen aus drei Elementen. Erstens Social Engineering. Man versucht euch mit einer E-Mail, mit einem Inhalt unter Druck zu setzen, eine bestimmte Handlung zum Beispiel auf einen E-Mail-Anhang zu klicken oder einem Link zu folgen. Das, was früher unter Schutz der Privatsphäre gehandelt wurde, nämlich Verschlüsselung, versuchen Kriminelle jetzt gegen euch zu wenden, indem sie versuchen, eure PCs zu verschlüsseln und so Lösegeld zu erpressen. Ein aktueller Fall kennen wir jetzt aus den USA. Dort ist eine Pipeline-Gesellschaft mehrere Tage lahmgelegt worden. Das hat dazu geführt, dass Benzin in Plastiktüten gehortet worden ist, weil die Ostküste der USA von diesem Virenangriff und ich glaube, jetzt ist sogar ein Lösegeld von 5 Millionen Dollar gezahlt worden, damit der Sprit der Lebenssaft fließt. Das, was hier im Großen passiert ist, kann natürlich täglich im Kleinen passieren. Denn die Ganoven, Hacker und Betrüger versuchen ja an dein Vermögen zu kommen, indem sie deinen Rechner verschlüsseln und dann versuchen, von dir Lösegeld zu erpressen. Also, sei vorsichtig in Fragen bitte an Media Lab wenden wir. Wir haben einige Programme für euch aufgelegt, damit wir dich als Verantwortlichen und deine Mitarbeiter sensibilisieren, um diese Angriffe zu erkennen und um abzuwehren. Diesen Sinne, Achim Weidner, Media Lab Internetagentur Rüsselsheim. Puzzle-Zeim.